Ihr wisst nicht, was das Karlsruher Modell ist? Dann aufgepasst. Ich erklär's euch. Zuerst wissen die Menschen eigentlich Bescheid, was es mit dem Karlsruher Modell auf sich hat? Gar keine Ahnung, nee. Nee, das hat man nicht. Leider nicht. Ich nehme an, dass es mit den Regiobahnen was zu tun hat. Züge, die vom Land in die Stadt reinfahren. Das Modell wurde vor knapp 30 Jahren in Karlsruhe eingeführt. Die Trams aus der Innenstadt, die können auch zusätzlich auf den regionalen Eisenbahnstrecken fahren. So können die Fahrgäste ganz bequem von der Innenstadt aufs Land fahren oder vom Land in die Innenstadt und das ohne umsteigen. Möglich ist das allerdings nur durch technische Innovation und Umrüstung der Wagen. Ja, und mit diesem Modell ist die Region Karlsruhe Vorreiter und Vorbild. Solltet ihr euch also mal wundern, was eine Stadtbahn mitten auf dem Land macht? Jetzt wisst ihr Bescheid.